drei Monate gelten. Zu wenig, sagt die Union. Sie schlägt eine Senkung für zwei Jahre vor. Weil gerade in dem Zeitraum haben wir wenig Heizen. Der Gasverbrauch zwischen Juni und August ist nur 5% des Gesamtgasverbrauchs. Und wir haben natürlich auch Sommer, wir haben Urlaubszeit. Das heißt, viele Pendler brauchen ihr Auto in dem Moment gar nicht.